Wieso verabredest du dich mit mir zum Essen, wenn du überhaupt nichts essen willst? Dreimal darfst du raten. Ich hab keine Ahnung. Weil ich dich sehen will. Was soll ich denn sonst machen? Mir einen Termin geben lassen? Haben Sie Pretty Woman gesehen? Es ist ein bisschen so wie Pretty Woman. Auch wenn sie natürlich keine Prostituierte ist. Also ganz bestimmt nicht. Der Dachte, ich war eine Prostituierte. Sie ist nicht die richtige für meinen Sohn. Sei nicht so scheißunhöflich, du Kackkapze. Ich will natürlich auch, dass sie gewocht wird. Also falls ich etwas gesagt habe, tut es mir leid, was ich gesagt habe. Also wenn ich es gesagt habe. Er hat es mir vorgeschlagen, dass wir uns heiraten sollten. Und dann dachte ich mir, nein, nein, das würde er nie tun. Tja, gute Idee. Voll die gute Idee. Mein Gott. Hat sie die Sprache verschlagen? Was ist das für eine Frage? Wir sind kein Liebespaar mehr. Wir sind... Inhaber und Hauptverantwortlicher der Vereinigten Stratten. Und ja, da können Sie sich sicher vorstellen, dass das eine Menge Arbeit ist. Man erfährt Geheimnisse, die man eigentlich gar nicht wissen wollte. Ja, mein Bruder war Alkoholiker. Das ist richtig. Aber ich sag mal, in jeder Familie gibt es schwarze Schafe. Das ist ganz normal. Ich bin auch der Arsch für alles. Wenn ich mir meine Familie angucke, da habe ich bei niemandem, bei fast niemandem über die Befürchtung, dass da irgendwas passieren könnte in dieser Richtung, ja? Meine Mutter hat garantiert einen Sitzen. Ja, neulich habe ich noch ein Kind bekommen. Naja, ich habe nichts gegen Kinder. Im Fernsehen magst du, Babys. Total super. Es gibt keine logische Erklärung, warum Eltern automatisch ihre Kinder lieben müssen. Vielleicht ist meine Familie ein bisschen reicher als andere Familien. Also ich meine, wenn wir bankrott gehen, sollte ich doch wenigstens vorher darüber informiert werden. Könntest du dich für irgendwas entscheiden? Herrgott, nochmal, wir haben auch nach 2019 noch miteinander gesprochen. Haben wir nicht. Damals haben wir noch Rock'n'Roll gemacht. Genößen Sie es. Zu Adam hatte ich schon immer eine gute Verbindung. Ach, kleck mich! Sie ist Alkoholikerin. Sie ist Alkoholikerin. Adam, für wie beknackt haben Sie mich eigentlich? Ja, das kann man wohl sagen. Ja, ja, ich bin glücklich. Trotzdem schämst du dich für mich. Busser ja petassi. Aber wir sind doch glücklich, oder?